so da haben heute den ersten ersten und noch ein welbe ist noch da der in 23 noch das leben in einer familie verschönern möchte ja noch einer der andere seite weggegangen der letzte bruder das übrigens ins münsterland gegangen ja ein münsterländer der ins münsterland gegangen ist eine familie und du bist der gutste ja heute mal raus na los komm raus erst mal alles abschnüffeln ob alles noch so ist wie gestern die waren heute schon mal draußen also so wie vorhin so 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 wie gesagt der eine sucht noch eine neue familie da steht immer das futter wo sie jetzt sind so 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 und so 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 Vielen Dank.